make it count 5 seconds remain ein der mich hoffentlich nicht näher in Richtung 1000 bringt als ich eh jetzt schon bin was zwar traurig ist aber ok ja 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 Ich hab schon wieder den Kinnahmen damit. Ich hab schon wieder etwas Risiko. Your turn. Ich kann mich um die Schädelschämmen von Schäden zu erkennen. Ach wirklich! Oh mein Gott. Kann mir einer noch mehr auf die Eier gehen? Bounty Haunter, Checker, Spread Breaker, anyone have sun and good roaming. Ah fuck. Fuck man. Oh man. Not crazy man. Yeah. Okay, okay. Checker good too. Checker good. Yeah, good. Fucking. Tinker is going to be very, very dangerous, I think. Yep. But the most dangerous is Shadow Shaman. In the team button. Die sind am Arsch. He is more for something. What the hell are... Was für eine Scheiße labern die denn da? He is more for something. I don't know, it's smart or not. Cut paid. Son,uşOOM! It is in the bag. Das war's für heute. keine chance lowlife 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 ich normalerweise auch hier hochkommst du nicht definitiv nicht nichts ging ja ist mir gerade nicht eingefallen ich weiß nicht wie gut ich den noch auf die reihe krieg ich hab zwar mal mit dem gewonnen aber warum stellt er sich in den weg ich warte mal mit dort passiert Junge... Das hat doch eh alles keinen Sinn. Ich bin eh total am Arsch. Wenn wir den nicht zurückhalten können. Was wir nicht können. Wir sind am Arsch. Ganz klar sind wir am Arsch. Und ich muss rennen, sonst kriege ich ein Problem. I'm going for the Bounties. Okay. It's coming for you. Scheiße man. Ich glaube noch mal Chaos Knight nehmen sollen. Der Sniper ist nämlich voll für den Arsch. Der geht vor, greift einmal an und dann läuft der nur noch hin und her. Der Sniper ist gekommen. Okay. Unglaublich. Sniper, wenn du nicht last hit kannst, schau dir den Arsch. Was ist der Lame? Just last hit, man. Sven! I know, I know, I know. Here I come. Yes indeed. Dang it. Glaub ich, was soll das denn jetzt? Das kann ich mehr machen, als die Low halten. Unglaublich. Dass es noch nicht mehr Kills gab. Komm schon, komm schon. Endlich mal. Wäre es lieber, wenn wir mal irgendwas davon bekommen hätten, aber okay. Oh mein Gott. Nice. Hehehe, nice one. Hm. Hey Christa Maiden, kannst du, äh, etwas für mich machen? Ja, Mann. Danke, Bro. Ich kann es auch, wenn du willst. Hm, jetzt ist es okay. Aber, äh. Ja, nächste Wave, äh. Oh Mann. Wenn wir das... Im... Mid-Game gewinnen. Wird's mich schon wundern. Ja. Wenn wir das im Mid-Game gewinnen. Ja. Ah, da kann ich ja durch die Fische. Ah. Da kann ich ja durch die Fische, ah. Da kann ich ja... Ah, shit, Mann. Ich hab keinen Stun. Ich bin zu, äh, ihn, und er ist jetzt nicht. Ah, shit. Ah, 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 ah. No problem, no problem. No problem, no problem. Dang it, Sniper. Hätte er sich nicht umgedreht. Okay. Hätte er sich nicht umgedreht, sondern hätte einfach weiter geschossen. Tolles Risiko. Dang it. Mein Fehler. Ich wundere es, dass wir die gegen Shadowsharmon überhaupt halten können gerade. My HP ist zu low. sonst bist du immer so flink mit deinen Schrapnellschüssen jetzt geht's, dem geht's jetzt schon besser als mir in meinen Spielen vorher das war doof was schön ist, man kommt jetzt einfach hier wieder durch das hat man vorher nicht hinbekommen weiper wwtf man weiper wwtf man wirklich euer ernst okay okay wenn der allein ist was ist okay get back, get back, get back, thinker's coming, thinker's coming, get back, please shiiiit man okay wirklich jetzt aber ich hab's back dann noch erwischt war ein anfang war ein anfang just worth it here weiper kommt hier runter, okay na also ah, thinker haben wir ja auch noch irgendwo, stimmt der soll weiter angreifen warum, junger mit 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 die mit , v mit ... ... ... ... Aaaaah, f**k off.